Ich hab noch Übung mal für dich. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Sag mal. Oh. Was? Was? Der denn? Sag mal, was ist so? Ich hab auch mal weiß, ich bin schon vom Kopf mehr. Ich weiß nicht. Aber diese... Unser Doorbell... Kann überhaupt nicht an ein SolarCenter angeschlossen werden. Aber das ist ja nicht durch Rot gefahren, der Motorrad. Ja.